Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema E-Mail-Newsletter-Tool, also Marketing-Automation-Newsletter-Tool. Ist so ein bisschen out of date, ja. Einfach so ein Newsletter irgendwie verschicken, so ohne Intelligenz und so weiter. Also Marketing-Automation ist vielleicht das passendere Wort. Und heute geht es um das Tool Quentin. Also Quentin, das schreibt man so, ja. Ja, und das ist aktuell in aller Munde, ist nämlich ein deutscher Newsletter-Tool-Anbieter, der aber auch in Deutschland seinen Sitz hat. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er auch deutsche Steuern zahlt. Also das ist ja nicht bei allen Newsletter-Tools so, Marketing-Automation. Und was ist das Besondere an Quentin? Ich werde da eine Videoserie machen. Dieses Tool habe ich jetzt einen Monat lang ausführlich geprüft und getestet und so weiter. Und dann werde ich da einige Videos draus machen, welche in den Laufe der nächsten Tage und Wochen dann auch veröffentlichen. Und hoffe, dass ich dir da einen Mehrwert bieten kann. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und ja, ich bin Experte für die Neukundengewinnung und Skalierung von IT-Businesses. Ja, Softwareentwickler, IT-Experten und so weiter. Also das grundsätzliche Mal ist das, dass das quasi das Quentin-Tool hat letztendlich drei verschiedene übergeordnete Funktionalitäten. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Der ganz, ganz große Unterschied zu Clicktip, Active Campaign, Blue Mail und wie die alle heißen da, es gibt so viele, ist nicht nur, dass es ein deutsches Tool ist, also letztendlich auf dem deutschen Markt und die deutschen DSGVO-Regeln und so weiter halt auch justiert. Also da braucht man sich absolut keine Gedanken machen, sondern es ist das, dass es hier unterschiedliche Komponenten in einer einzigen Software verbindet. Das heißt, wir haben hier E-Mail, ja, das heißt E-Mail versenden, Outfall automatisiert, Tag basiert und so weiter. Also alles, was Clicktip, Active Campaign und so weiter auch kann. Aber dann haben wir hier auch noch Landing Page, also Sales Page, ich würde fast sagen Sales Page, ja, also Sales Seiten und zwar optimiert, ja. Das ist ja sowas wie Optimize Press, diese Plugins, Clickfunnels und so weiter in abgeschwächter Form. Das heißt, du kannst hier mit ein paar Klicks super easy eine Webseite bauen. Also du brauchst dieses ganze, unter Umständen brauchst du dieses ganze WordPress-Template, Themes, Elementor. Das ist alles super komplex, du brauchst dann wieder einen extra Designer, der sich mit diesen ganzen Sachen auskennt, mit diesen ganzen Themes und Plugins und Tools und so weiter, die du nicht nur zusätzlich kaufen musst, sondern auch noch quasi die Expertise, die sie dann mit diesen Tools und anderen Plugins und so weiter, Elementor, wie sie alle heißen, auch noch arbeiten zu können, da auch noch eine vernünftige Webseite daraus zu bauen. Ja, die Expertise musst du ja zusätzlich auch noch einkaufen, ja. Also du zahlst nochmal 2-300 Euro für so ein Theme oder irgendwie sowas und dann auch noch die Expertise, damit arbeiten zu können. Das einzigste, wo ich vergleichbar in der Simplicity und in der Professionalität sehen würde, hier ist Optimize Press und zwar 3.0. Ja, das ist also 3.0. Da würde ich mir an deiner Stelle mal reinschauen. Da kannst du also wirklich als Laie sogar top, top Selbstwebseiten bauen und auch voll integrieren dann in das Quentin-E-Mail-Marketing. Ja, überhaupt kein Problem, das ist alles vordefinierte Schnittstellen und so weiter. Super, super easy. Das Dritte ist dann ein CRM. Ja, man glaubt es kaum. Ich mache das mal grün hier. Ein CRM und zwar ist es ganz ähnlich aufgebaut in simplifizierter Form. Also das heißt, wenn du quasi Startup bist und so weiter. Es ist einfach, es ist vereinfacht, das CRM von Quentin, aber, sag mal, es ist so ein bisschen wie Pipedrive. Ja, oder Close.io, wenn du das kennst. Also es ist wirklich genau vom Prinzip her, vom Aufbau her, genauso aufgebaut mit Pipeline und mit allem drum und dran, wo man wirklich mit Drag und Drop hier seine Pipelines aufbauen kann, seine Kunden-Wiedervorlagen und so weiter. Nur, es ist wesentlich simplifiziert. Das heißt, wenn du jetzt im Startup-Modus bist, du hast erst ein paar Dutzend Kunden oder irgendwas, ja, als Software-Bude, dann Software-Lösungsanbieter oder ähnliches. Dann ist es wirklich vollkommen ausreichend. Du kannst ja jederzeit dann noch irgendwie, wenn du mal wirklich komplexere Dinge brauchst und denkst, okay, jetzt nehme ich Pipedrive oder was anderes oder Hubspot, kannst du es ja dann immer noch umschwenken. Ja, aber so für den ersten Ding würde ich echt sagen, es ist jetzt nicht wirklich das allumfassendste CRM, das auf dem Markt vorhanden ist, aber so von Anfang, All-in-One-Lösung für, ich glaube, das Enterprise, wo du wirklich alles mitmachen kannst, schon kostet, glaube ich, 150 Euro im Monat. Und dann hast du aber wirklich auch alles dabei. Von daher würde ich sagen, Quentin ist schon eine coole Sache von der Visibility, weil ich, wie gesagt, einige Videos drüber machen und sehr, sehr vereinfacht alles. Also, mir hat es wirklich getaugt. Ich war überrascht, positiv in vielerlei Hinsicht und werde da einfach noch einige Videos jetzt drüber machen, eine ganze Videoserie, wo ich das nochmal detaillierter dann dir nochmal zeigen werde. On-Screen und so weiter im Tool selber drin. Wenn dich das interessiert, kannst du dir hier unten das Tool vielleicht selber mal anschauen, auch dich dort kostenlos dir auch eine Version holen, dir selber testen, parallel zu dem, was ich dann dir zeigen werde. Unten irgendwo müsste der Link sein, beziehungsweise, wenn du mal für eine halbe Stunde mir gratis ins Gespräch möchtest, dir vielleicht mal eine Strategie von mir, meiner Seite, meinen Blickwinkel, den mal holen möchtest, ja, von deiner ganzen kompletten Marketing-Automation-Strategie, wo auch immer du gerade stehst, ob du quasi noch Solopreneur bist, selbstständiger Freelancer, gerade erst angefangen hast oder schon super erfahren, schon mehrere Jahrzehnte auf dem Markt. Das Thema Marketing-Automation kann ich dir echt versprechen. Heutzutage kriegst du so viel Bang for Buck, ja, also für so wenig Geld, so viel geboten mit diesen Tools. Wenn ich wünschte, ich hätte es vor 20 Jahren gehabt, ja, da kannst du dich wirklich glücklich schätzen und du kannst wirklich, also, du solltest wirklich von Stunde eins anfangen, dir ein paar Tools zu holen, mit denen von Anfang an, von Beginn an zu arbeiten. Dann hast du auch einen Track-Rekord, irgendwann mal in zwei, drei Jahren, was habe ich denn den, mit dem gemacht, mit dem Kunden, mit dem Kontakt geschickt und so weiter. Das Ganze zentral in einem sogenannten Golden Record, das spricht Golden Record, das ist ein englischer Begriff, heißt nichts anderes als wie, Du hast eine Stelle, wo du deinen Kunden ein einziges Mal zentral verwaltest und egal, welche Touchpoints du hast, egal wo, egal auf Facebook, LinkedIn, egal, völlig wurscht, ja, auf dem Event, offline, ja, kannst du auch verknüpfen, dass du eine zentrale Stelle hast, wo du all deine Informationen hast, das ist halt auch quasi organisatorische Vorteile, kann ich dir versprechen und in dieser zentralen Stelle dann bist du verknüpft mit zum Beispiel so einem Tool oder auch dieses Tool kann insgesamt diese zentrale Stelle abbilden, ja, und dadurch, dass es hier eben auch ein voll integriertes CRM hat, musst du dir überhaupt keine Schnittstellen Gedanken machen, kannst du direkt aus dem Quente-Tool heraus deine Kontaktdaten, die du über die Jahre sammelst, in deinem CRM direkt bespielen mit E-Mails, du kannst das Ganze auch noch verknüpfen mit einer Telefonanlage, also quasi gleichzeitig tracken, wen hast du wann wo, wie, was angerufen und so weiter und so weiter, wie gesagt, mehr Details in mehreren Videos oder auch gerne persönlich in einem Zoom-Call, kannst du hier unten den Link nehmen und dir versuchen, dass du noch einen freien 30-minütigen Slot bei mir bekommst, das wird in Zukunft immer schwieriger werden, kann ich dir gleich dazu sagen, denn ich bin zunehmend ausgebucht, meine Zeit, ich glaube aktuell bin ich teilweise im Consulting auf einem Stundensatz von bis zu 1000 Euro die Stunde, das heißt, wenn ich dir jetzt gratis eine halbe Stunde anbiete, dann ist es für mich 500 Euro wert und das wird wahrscheinlich immer schwieriger werden, diese halbe Stunde von mir zu bekommen, gratis, ja, das heißt, schau, dass du schnell bist und dann sehen wir uns auch auf der anderen Seite im Zoom-Call, bis dahin, dein Thomas Klein, Happy Hunting, ich wünsche dir was, bye bye.